Learning Snacks können gut zur Wiederholung, Übung und Vertiefung von Lerninhalten eingesetzt werden. Sie passen gut zu Erklärvideos. Lernende können zum Beispiel zunächst mit einem Erklärvideo arbeiten und im Anschluss einen passenden Learning Snack spielen, der die Inhalte des Erklärvideos behandelt. Auf einem Arbeitsblatt können Erklärvideo und Learning Snack zum Beispiel per QR-Code eingebunden werden. Sie lassen sich auch prima auf einem Padlet oder einem Lernmanagementsystem wie Moodle einbinden. Mithilfe von Learning Snacks können auch neue und unbekannte Lerninhalte vermittelt werden. In diesem Snack werden unterschiedliche literarische Stilmittel erklärt. Die Lernenden können die Snacks spielen und dann zum Beispiel die unterschiedlichen Stilmittel auf einem Arbeitsblatt mit Beispielen herausarbeiten. Hier ersetzt ein Learning Snack einen LehrerInnen-Input und die Lernenden können den Snack in ihrem Tempo und mit beliebig viel Wiederholung bearbeiten. Didaktisch wird es besonders interessant, wenn Lernende selbst Learning Snacks erstellen. Mit der Klassenzimmerfunktion können schnell Snacks von der Lehrkraft angelegt und einzelnen Lernenden zugewiesen werden. Hier haben Lernende im Deutschunterricht unterschiedliche Fabeln gelesen und zu ihren Fabeln Snacks erstellt. In einer Lektüre-Einheit haben Lernende Snacks zu einzelnen Kapiteln erstellt, die am Ende von den MitschülerInnen gespielt wurden. Wenn am Ende gute Snacks herauskommen sollen, dann braucht es viel Zeit für Überarbeitung. Als Lehrkraft habe ich den Arbeitsstand im Klassenzimmer immer im Blick und es bietet sich an, bereits nach kurzer Zeit die ersten Snacks im Plenum zu besprechen. Vor der Erstellung oder spätestens bei der Besprechung der ersten Snacks sollten gemeinsam Kriterien für gute Learning Snacks gesammelt und diskutiert werden. Das geht zum Beispiel gut mit Flinger. Oder der Kartenabfrage bei Onko. Diese Kriterien helfen bei der Besprechung und Bewertung der ersten Arbeitsstände. Die frühe Besprechung der ersten Snacks hat sich in der Praxis bewährt, weil viele der gesammelten Kriterien erst bei der Besprechung an einem konkreten Snack deutlich und lebendig wurden. Wenn die Kommentarfunktion im Klassenzimmer aktiviert ist, können die Lehrkraft, aber auch die Lernenden untereinander Feedback und Überarbeitungshinweise geben. Hier können zum Beispiel mit der App TeamShake Teams gebildet werden, die gegenseitig ihre erstellten Snacks spielen und sich Rückmeldung geben. Sehr spannend ist auch die Möglichkeit, einen Learning Snack als Arbeitsanleitung, zum Beispiel für eine Partner- oder Gruppenarbeit zu nutzen. Dieser Snack ist eine Anleitung zur Entschlüsselung einer Fabel in Partnerarbeit. Die Lernenden werden Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess geleitet und im Snack aufgefordert, konkrete Dinge zu erledigen. Während der Schulschließung haben SchülerInnen meiner Klasse in unserer Fabeleinheit so unterschiedliche Fabeln entschlüsselt. Ich habe mit der App TeamShake PartnerInnen gelost und die jeweiligen Teams haben sich telefonisch verabredet, um gemeinsam mit diesem Learning Snack Fabeln zu bearbeiten. Das waren vier Möglichkeiten zum didaktisch sinnvollen Einsatz von Learning Snacks im Unterricht. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren!